Ich bin Zara. Ich arbeite als Pflegefachfrau in einem Spital und verdiene 5000 Franken im Monat, also 60'000 Franken im Jahr. Das ist Herr Meier. Er ist Patron eines KMU. Er verdient mehr als ich. Vielleicht dreimal so viel oder fünftmal. Das ist okay so. Schliesslich trägt er ja ein unternehmerisches Risiko. Jetzt aber. Das ist der Topmanager eines internationalen Konzern. Er verdient viel mehr als Herr Meier und ich zusammen. Obwohl er eigentlich auch nur einen Angestellten ist. Die Löhne von vielen Bützern sind in den letzten Jahren immer gleich geblieben. Meinen auch. Gleichzeitig sind die Löhne von ein paar Topmanagern unaufhaltsam gewachsen. Die Managerlohnen sind astronomisch hoch. Mit eurer Stimme für die 1 zu 12-Initiative stoppen dir diese Ungerechtigkeit. Der Lohn, den ein einfacher Angestellter in einem Jahr verdient, sollten die Topmanager im gleichen Unternehmen maximal pro Monat verdienen. Das betrifft nicht die KMU, sondern nur wenige Topmanager von internationalen Konzernen. 1 zu 12 ist ganz einfach nur vernünftig. Am 24. November. Ja zur 1 zu 12-Initiative. SP. Für alle statt für wenige.